Bonjour meine kleinen Beinsteins und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Und Leute, heute spielen wir wieder Fortnite Mörder Und bevor ich jetzt irgendwas weiter sage, ist echt krass, wir haben schon 5000 Abonnenten Das ist heftig, auf jeden Fall danke an euch Und ich würde mal sagen, heute ist dabei der liebe Toni Hallo, ich bin hier in der Mitte Achso Der liebe D-King Was geht? Ich bin D-King Und der liebe StoicoTV Was geht meine Freunde? Hallo So Leute, und wir sind jetzt am Zufallsgenerator Und ich würde mal sagen, der die Silence Pistol hat, der ist der Mörder Und in 3, 2, 1, los geht's los Die liegt noch drin Die liegt noch drin, lol Alles rein, nein, die ist lila Ein grauer Silence Ja, ich denke, die ist lila Halt mal alles rein, Ton So Leute, wir haben uns jetzt auch was anderes überlegt Dass man nicht die Waffe fokussen kann Im Generator Deshalb drehen wir uns alle um Und auf 3 picken wir uns eine Waffe Und ich würde mal sagen, in 3, 2, 1, los Oh, Jungs Okay, die Waffe ist nicht mehr da Die Waffe ist nicht mehr da Bitte alle in die Kabine Ja, bitte Blaze, leg mal ab Blaze Oma, was machst du wieder mit der Waffe? Gib mir deine Silence, Blaze Jungs, ich bin jetzt vorsichtig, wenn ich in die Boxen gehe Wegen der Falle Also ich würde mal sagen, es geht los, Jungs Es geht los, es geht los, es geht los Die Tür bleibt zu Also hier nur in Risky Wheels, meine Freunde Wir sind ein Basketball Okay, ich weiß nicht, bei wem ich im Auto bin, aber Hallo Ah, das war klar Dann direkt aussteigen Oder lassen wir alle eine Runde Fußball spielen Du gegen mich, 1 gegen 1 101 Wenn du verlierst, bist du es Warte Wenn du verlierst, bist du es Okay, los Ach, Pfosten, Junge Was willst du machen? Ich bin Odoman Piquet, Junge Ich habe mit Neymar zusammen im Trainingslader Er kommt mit seinem Auto Das ist das Fahrzeug hier angemeldet Hier ist gar nichts angemeldet Ich mache dein scheiß Card kaputt, komm her Komm, den kriegen wir Geht der Bug noch? Was? Welcher Bug? Ah lol, die haben den gefixt Welcher Bug? Schaukeln 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 Er konnte man schaukeln oder was? Auf jeden Fall Leute, ich habe schon ein bisschen Schiss gerade Ich glaube Ich will schaukeln Aua, aua Jemand hat mich geschlagen Warum macht der? Jemand hat mich geschlagen Wer ist das hier? Das ist D-King, ich war das Ich bin's nicht Ich bin's auch nicht D-King oder Blaze? D- Aha 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 What the fuck, Digga Aber habt ihr den Schlüssel nicht gesehen? What the fuck? Nein, wo war der? Aber der ist immer so offensichtlich Hier, Digga Hinter uns Detektiv Odoman, Digga Loool Detektiv Odoman, Junge Ich mache mit allen Schlag Saubere Leistung So, mal schauen, wer es wieder ist Leute, wenn es euch interessiert, dass ich mein Auto verloren habe Schreibt es nicht in die Kommentare Bitte, hört auf, ich will es nicht wissen Schreibt es in die Kommentare Ey, es geht los, Jungs, ne? So, Leute Lasst die Psycho-Spielchen beginnen Und ich würde mal sagen Jeder darf irgendjemand eine Frage stellen Irgendeine Oh, du mann, welche Farbe hat deine Unterhose? Äh, Braunbruder Ach man, Alter Zu ekelhaft Äh, Toni Welche Farbe hat deine Unterhose? Der ist rot Standard schwarz Standard schwarz Bis jetzt weiß ich Ey Junge, reicht doch jetzt So, Leute Wer könnte der Mörder sein? Schuldig Aha Im Haus Im Haus wird geschossen, Jungs Wo denn? Welches Haus? Da Er kommt nur raus Hey, jetzt mal er ist auf welches Haus Hey, er kommt nur raus Komm helfen Ja, komm, komm, komm Ich geh dir Nein Oh, oh, ich gegen den Mörder Okay, Stefan, warte, 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 warte Stefan Ich mach dir ein Angebot Wenn du den Schlüssel in einer Minute findest, bist du frei Ansonsten bist du tot Okay Und los Und los Du hast bis 33, 18 Zeit Okay Die anderen dürfen nicht helfen Links oben Spaß Hey, warte, wer ist jetzt auf dem Spielfeld gelandet? Das ist mega dumm Ich, 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 ich Ich lauf nur hinterher Ich guck nur, um nur zu gucken Ja, da lag, da lag Das war mein Schlüssel Das war mein Schlüssel Ich schuldig, so Tick, tack, tick, tack Ähm, Blaze? Hä? Ähm, wo bist du? Wer bist denn du? Ich bin das hier, hallo Ey! Ja, gut, Digga, gut Gut, Digga Er hat noch 10 HP Er hat noch 10 HP, du musst ihn holen Ich, Stefan, Digga Ey, jetzt komm mal her Ey, wo bist du? Äh, ey, wo bist du, Stefan? 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 Ey, der macht jetzt nicht zu viel Spülchen mit mir Ja, Stefan, die Uhrzeit ist jetzt um Du hast den Schlüssel leider nicht gefunden Not Komm doch her, hol sich Ich weiß ja nicht mehr, wo du bist Machen wir jetzt hier einen Heiden Sieg draußen Ah, da ging gerade eine Tür zu Ja Ja Mach Psycho-Spülchen jetzt mit dem Mörder Aha Ja, dann hast du halt jetzt verloren, ne? Hörst du die Tür? Die Tür? Nur ein Hit, Stefan, vergiss nicht Nein 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 Er wusste schon Bescheid Echt, Jürg Und man spielt dem Live, Digga Digga, er macht Tür zu, Digga Direkt in mein Gesicht schießt, der Junge Hab ich, äh, hab ich dich angesprochen? Ja, am Anfang direkt Oh, scheiße, ey, das war eine der lustigsten Runden Jetzt mal ohne Witzig hat Yo, Leute, und ich hoffe, das Video hat euch gebockt Lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da Oder vielleicht ein Detto-Kommentar, wie immer Würde mich richtig freuen Checkt auch mal die Jungs ab Stefan, Deking und Blaze Und würde mal sagen, das war's von Mörder Tschüss